Hey Leute, willkommen zu einem neuen Call of Duty Video. Ganz kurz und knapp, in Call of Duty AW wird es einen Moab-Ersatz geben, das wurde jetzt bestätigt. Das Ding nennt sich DNA-Bombe und wird durch 30 Kills mit der Waffe erreicht. Das heißt, es gibt jetzt die DNA-Bombe für 30 Waffen-Kills und weiterhin die Nuklear-Medaille, wenn man 30 Kills macht, egal ob das eben mit der Waffe passiert ist oder mit den Killstreaks. Die DNA-Bombe ist sehr sicher eine Giftgas-Bombe, so sieht die Animation jedenfalls aus, denn wenn die Bombe eben einschlägt, dann kommt so ein grüner Rauch, alle Gegner sterben und nach einiger Zeit ist dieser Rauch dann auch wieder verschwunden. Ich persönlich finde das auf jeden Fall eine gute Sache. Ich war auf jeden Fall auch ein Fan von der Moab und vom Camstrike und bei mir auf dem Kanal wird es auf jeden Fall auch einige Gameplays zur DNA-Bombe geben. Ansonsten war es jetzt auch wieder mit dem Video, einfach kurz und knapp zusammengefasst. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr dazu sagt, würde mich interessieren. Und an dieser Stelle auch ein großes Dankeschön an Kares1453, der hat mich eben auf Twitter darauf aufmerksam gemacht. Sein Twitter-Profil ist natürlich in der Videobeschreibung verlinkt. Wer ein Bild der ganzen Sache sehen will, der muss mal in die Videobeschreibung schauen. Ich habe jetzt das Bild nicht verlinkt, allerdings habe ich einen Artikel verlinkt, wo eben über diese DNA-Bomb gesprochen wird und dort gibt es eben auch ein Bild, das eingebunden worden ist. Ich selber werde nichts hochladen oder verlinken, das heißt, wenn das Bild auf der Webseite weg ist, dann ist das Bild eben weg und man muss eben bei Google suchen. Ansonsten war es jetzt mit dem Video. Falls es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Falls ihr mich unterstützen wollt, dann könnt ihr dieses Video gerne mit euren Freunden teilen und falls ihr weiterhin auf dem aktuellsten Stand in Sachen Call of Duty-RW sein wollt, dann lasst auch ein Abo da. Das war's von mir, macht's gut, bis zum nächsten Mal.